In der Ausbildungsordnung sonderpädagogischer Förderung ist festgehalten, dass Autismus-Spektrumstörungen als tiefgreifende Entwicklungsstörungen vorliegen, wenn die Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit schwer beeinträchtigt und das Repertoire von Verhaltensmustern, Aktivitäten und Interessen deutlich eingeschränkt und verändert ist. Wird ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung festgestellt, ordnet die Schulaufsichtsbehörde die Schülerin oder den Schülern mit einer Autismus-Spektrumstörung einem Förderschwerpunkt zu. Der frühkindliche Autismus muss sich vor dem dritten Lebensjahr offenbaren. Die soziale Interaktion fehlt, das heißt die Regulation von Mimik, Gestik und Körperhaltung. Die Aufnahme von Beziehungen zu Gleichaltrigen gestaltet sich häufig schwierig, genauso wie das Teilen von Freude oder Interesse mit anderen. Im Bereich der Kommunikation kommt es zu einer verspäteten oder ausbleibenden Sprachentwicklung. Die Kinder nutzen häufig Stereotype und repetitive Sprache. Imaginative Störungen zeigen sich beispielsweise in ungewöhnlichen Interessen, der zwanghaften Anhänglichkeit an nicht-funktionale Handlungen und der vorherrschenden Beschäftigung mit Teilobjekten des Spielmaterials. Des Weiteren haben die Lernenden oftmals eine starke kognitive Beeinträchtigung und es kommt zum Beispiel in Pausensituationen zu einem Mangel an als Ob-Spielen. Beim Asperger-Autismus kommt es zu einer frühen Sprachentwicklung und einem ungewöhnlichen Spiel- und Kommunikationsverhalten, das exzentrisch, egozentrisch und sonderbar sein kann. Kinder haben häufig ein kleinliches und zwanghaftes Verharren auf bestimmten Vorlieben, was zur Isolation führen kann. Sie verlangen immer wieder die gleichen Tagesabläufe, es kommt zu Spontanrede und Selbstgesprächen, wobei die Mimik, Gestik und die gesamte Körpersprache starr und unverständlich sind. Schülerinnen und Schüler zeigen vielfach stereotype Verhaltensweisen, die ihnen Sicherheit geben. Sie haben gleichzeitig wenig Verständnis für komplexe soziale Verhaltensregeln. Der High-Functioning-Autismus ist dem Asperger-Autismus ähnlich. Die Sprachentwicklung ist etwas verzögert, wobei die motorischen Fähigkeiten meist besser als bei Asperger-Autisten sind. Die Kinder haben eine normale bis überdurchschnittliche Intelligenz, wie bei Asperger-Autismus, aber im Gegenteil zum frühkindlichen Autismus. Der atypische Autismus ist eine Erkrankung erst nach dem dritten Lebensjahr, der nicht alle Symptome aufweist. Er ist ähnlich wie der frühkindliche Autismus, nur die Symptome treten erst in anderem Alter auf. Bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung ist die Theory of Mind stark vermindert. Das ist die Fähigkeit, psychische Zustände wie Gefühle oder Gedanken anderen und sich selber zuzuschreiben, beziehungsweise das, was andere denken, fühlen oder beabsichtigen. Die Theory of Mind ist als Perspektivwechsel eine fundamentale Fähigkeit des Menschen. Außerdem ist die zentrale Kohärenz bei Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung oftmals schwach ausgeprägt. Das bedeutet, dass Reiz aller Art in einem Bezugssystem zu anderen Reizen und Informationen gedeutet werden. Objekte, Menschen und Situationen werden immer textgebunden und als einheitliches Ganzes wahrgenommen. Aus der Theory of Mind und der zentralen Kohärenz sind die meisten Symptomatiken einer Autismus-Spektrum-Störung abzuleiten. Die Autismus-Spektrum-Störung sollte nicht als medizinisch oder psychiatrisch zu behandelnde Krankheit gesehen werden, sondern als Besonderheit, die natürlich spezielle pädagogische Hilfestellungen benötigt. Schülerinnen und Schüler mit solchen tiefgreifenden Entwicklungsstörungen können entweder an der allgemeinen Schule oder an einer Förderschule unterrichtet werden. Die notwendigen sachlichen, personellen und räumlichen Voraussetzungen müssen gegeben sein. Die Lernenden benötigen angepasste Lernvoraussetzungen und Konzepte wie beispielsweise Teach. Durch Strukturierung kann das Verstehen gefördert und Missverständnisse vermieden werden. Außerdem können individuelle Lernziele in einzelnen Fächern ein Nachteilsausgleich bei der Leistungsbeurteilung, eine Befreiung von einzelnen Schulfächern, eine alternative Gestaltung der Pausen, zum Beispiel an einem ruhigen Ort, eine Assistenz- bzw. Begleitung im Schulalltag oder individuelle Absprachen bei den Hausaufgaben unterstützend wirken. Bei sprachlichen Verständnisschwierigkeiten im Unterricht sollte die Lehrkraft darauf achten, ob das Kind zum Beispiel mit dem Arbeitsauftrag anfängt oder weitere Instruktionen benötigt. Außerdem soll das Kind dazu ermutigt werden, bei Unklarheiten nachzufragen. Den Kindern sollte die Möglichkeit und Zeit gegeben werden, eigene Lösungswege zu finden. In Bezug auf Hausaufgaben sollte, wenn möglich, eng mit den Eltern zusammengearbeitet werden. Kinder mit dem Asperger-Syndrom haben oft motorische Defizite und neigen zudem zu Perfektionismus. Das kann beispielsweise dazu führen, dass sie sich selbst unter Druck setzen, weil ihre Schrift nicht schön genug aussieht und sie mehr verbessern, als produktiv schreiben wollen. Kinder mit einer Autismus-Spektrumstörung haben auch oft Probleme mit sozialer Interaktion. Einige sind zurückhaltend oder scheu, andere sind an sozialem Kontakt interessiert, gestalten diesen aber oft ungeschickt bzw. sind dabei egozentrisch, was letztendlich häufig zu Hänseleien oder Mobbing führen kann. Teilweise zeigen diese Kinder aber auch aggressives Verhalten im Umgang mit anderen Kindern. Einige Schülerinnen und Schüler haben weiterhin Probleme mit unbeaufsichtigten und unstrukturierten Situationen. Struktur gibt vielen Kindern mit einer Autismus-Spektrumstörung Sicherheit. Generell versuchen die Kinder Situationen zu meiden, mit denen sie nicht gut umgehen können. Das Selbstwertgefühl dieser Lernenden ist in vielen Bereichen geschwächt und kann zu weiteren Ängsten, Depressionen oder selbstverletzendem Verhalten führen. In der Schule sollten alle Beteiligten über die Besonderheiten des betroffenen Kindes informiert werden. Je nach Ausprägung der Autismus-Spektrumstörung kann eine Assistenz oder Begleitung beantragt werden.